Ich heiße Björn Müller. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Auf welcher Position spielst du? Linke und rechte. Was waren deine bisherigen Vereine? KSC und SC 100.000. Wer ist dein Vorbild? Neymar und Römer. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA? Real Madrid. Was sind deine persönlichen Ziele? Fußball-Position. Was sind die Ziele mit der Mannschaft? Krass nachhaltig. Top.